Diesen Bericht präsentiert euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe. Der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen. Mobil TV 22, wir möchten euch rechtzeitig begrüßen zum Oldtimer Grand Prix 2024 und es gibt nicht nur Rennfahrzeuge hier zu bewundern, sondern auch wunderschöne Fahrzeuge der früheren Prototypen und das ist etwas ganz Besonderes. Erzähl uns einmal ein bisschen über dein Auto. Ja, das ist ein Giugiaro, eine Designstudie aus Italien. Unsere Firma, der MTM, hat den Motorgetriebe Antriebsstrang gebaut damals. Es gibt insgesamt 18 Stück von diesem Fahrzeug und in Deutschland und in der Schweiz nur jeweils eine zugelassen. Jetzt haben wir uns gedacht, das Auto bringen wir auf die Strecke, dass die Leute mal sehen, was auch vor 40 Jahren einmal gebaut werden konnte. Auf was für einem Grundsystem ist der aufgebaut? Das ist ein kompletter Eigenbau. Das ist ein Rohrahmen-Chassis. Und das ist Audi-Ur-Quattro-Motor drin, mit einem Frontantriebgetriebe. Die Antriebswellen gehen nach vorne und nach hinten. Und dann eben jeweils ein separater Differenzial dazu. Das ist ein Allrad. Ja, ganz interessant, was damals schon alles gebaut wurde. Sieht man die auch noch immer mehr, noch im Museum oder ist er auf der Straße bewegt worden? Der ist ab und zu auf der Straße bewegt worden. Das Auto ist vorgestellt worden in Monaco, gefahren von Jean-Alessis, im Rahmenprogramm, also im Vorprogramm von Formel 1. Und das ist ja, ich glaube, über 30 Jahre her. Und da ist halt das Auto vorgestellt worden, aber dann kam ja der große Crash bei den Sportwegen. Und dann hat das Audi aufgekauft. Die Firma heißt heute Ritaldesign. Also den Giugiaro gibt es halt immer noch, aber nicht halt in der Form. Solche schöne Fahrzeuge hier bewundern zu dürfen bei der OGB, beim Oldtimer Grand Prix. Und wir werden gespannt sein, was stellt ihr uns das nächste Mal wieder vor? Und wir bedanken uns recht herzlich. MTM hat wunderschöne Fahrzeuge bei sich zu Hause stehen. Und vielleicht bekommen wir mal eine Garagengeschichte. Würde uns freuen, euer Garage zu sehen und euer Museum. Würde uns auch freuen. Vielen Dank. Danke sehr. Diesen Bericht präsentierte euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpen von Speck. Der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen.